Hallo und herzlich willkommen zur Gruppe 3 oder Brücke 5, auf jeden Fall sind wir in Welt Nummer 4, das wissen wir schon mal und wir haben wieder die Aufgabe hier, lasst mindestens 4 Feinde in die Schlucht stutzen, vernichte 7 Feinde, oh das wird eine lange Brücke aber das bedeutet auch, wir haben wieder Kohle ohne Ende, ok, wir machen unsere normalen Brückenstückchen haben hier Gott sei Dank das Ganze hier schon mit ein bisschen Stein abgesichert, können wir hier noch ein bisschen das optimieren das heißt wir gehen hier mittig und hier nicht ganz so weit machen wir hier 3, 3, ok, schauen wir mal wie weit es schon durchhängt wie viele sind oder so was, ok, da kommen schwere Wege und die heben ab, das heißt wir müssen nur den vorderen Teil noch ein bisschen hier verstärken machen hier einfach wieder unser normales Auge nach oben so, hier geht es mit nach unten jetzt jeweils um den Querstreben rein einmal zweimal dreimal und schauen wir ob das Ganze hier schon irgendwie dafür ausreicht also es ist schon ein bisschen stabiler, oben wird es rot jetzt komm, geh auf die Brücke drauf ok, aber drüben kommen sie durch, das heißt wir müssen die beiden Teile irgendwie miteinander verbinden und das können wir eindeutig am besten mit Seilen indem wir das einfach ausnutzen dass wenn der linke Teil einbricht, dass dann der rechte Teil auch äh, wenn der rechte Teil einbricht, dass dann auch der linke Teil einbricht so, dann nehmen wir das nicht am Rand also Gestein fernbinden, sondern direkt hier so, links bricht ein, damit bricht er auch rechts ein äh, rechts bricht ein, damit bricht er auch links ein und die Dreierinnen nachher auch noch nach unten und wir haben jetzt alles erledigt perfekt ja, das war die Runde hier bei Bridge Constructor im Mittelalter ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und es kommt noch mal eine Einsturzrunde aber die sehen wir dann morgen ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen, tschüss!